Cara Trace liebt Lea Damm! Ich hasse dich manchmal. Nein, klar. Jetzt, pssst, pssst. Wie lautet Ihr Angebot? Geben Sie uns das Auge des Jupiter und wir lassen Sie gehen. Und? Wir überlassen Ihnen Balta. Was soll das jetzt bedeuten? Tatsächlich? Wovon redet ihr? Ich improvisiere. Ich gebe noch was rein, damit es schmackhafter wird. Abgesehen davon vermute ich, dass der Admiral und die Präsidentin sich sehr über ein Privatgespräch mit dem früheren Anführer freuen würden. Habe ich recht. Wäre nachdenkenswert. Auf jeden Fall nachdenkenswert. Na? Das falsche Maustipp-Pad benutzt. Lass den frei. Bitte lass ihn drin. Das habe ich nicht gesagt. Verhandlungen frau vor. Dr. Seidberg. Dr. Seidberg. Willkommen beim Zylonsender. Ich begrüße Phil, Ben, Jan und Mario kommt vielleicht später. Wie geht's euch? Hallo. Hallo. Und auch frohes neues Jahr von mir. Frohes neues. Mitten im Mai. Ja, mitten im Mai. Ja, ich weiß ja nicht, wie lange man das noch wünscht, aber ich glaube, Mitte Mai ist noch akzeptabel. Ja, ich denke auch. Also, das ist ja quasi gerade erst Ostern vorbei. Gestern. Vor drei Monaten gewesen. Aber auch Karneval, jetzt ja gerade Karneval, war ja dieses Jahr sehr spät. Ich glaube, deswegen kann man auch ruhig noch ein frohes neues Jahr wünschen. Das ist okay. Ja, und noch ist Karneval ja auch nicht vorbei. Heute ist der, wie heißt der, feilschen Dienstag im Rhein? Keine Ahnung, aber heute ist der beste Tag am Karneval, weil an diesem Tag habe ich immer einen halben Tag Feiertag. Aha. Aber warum das denn? Weil hier Faschingsumzug ist und das ist wichtig wegen Tradition und so. Ist doch der Rosenmontag. Ich weiß es doch bei den anderen Feiertagen auch nicht. Also in Hessen heißt der Faschingsdienstag. Faschingsdienstag. Ganz einfach. Ist aber sehr kreativ gewesen. Auch ein bisschen viel verlangt, alle bayerischen Feiertage parat zu haben. Hier in der Schweiz hat es gar keine Tage frei. Aber der Wichtigste in Hessen ist ja der Asche im Mittwoch. Also morgen. Alle Hesse sind Verbrecher. Ganz genau. Wenn sie klauen Aschefächer. Wow. Willkommen beim Vorurteils-Podcast. Ja. Ich weiß auch nicht, wo jetzt dieser hessische Akzent herkam. Nee. 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 Habt ihr auch diesen Schrei eben gehört? Ja, Entschuldigung, falls ihr euch wundert, warum dieser Schrei eben im Intro kam. Ich hab den einen Spieler gestartet. Das machen wir hier immer live. Und dann wollte ich nahtlos ins Intro übergehen und hab aber die ganze Zeit auf meinem Notebook auf dem Touchpad rumgewedelt, während aber ich eigentlich hätte am anderen Rechner die Maus bewegen müssen. Du hast einfach zu viele Bildschirme vor dir. Ja. First World Problems. Wahrscheinlich noch ein Tablet und ein Smartphone vor sich. Nein, nein. Nur zwei Computer heute. Oh. Ja. Das ist schwach. Fastenzeit. Vielleicht einfach zu wenig. Du hast bestimmt deine Google Glasses aber auf. Drei. Ich weiß nicht, ob das so gut mit Apple-Geräten funktioniert. Es funktioniert überhaupt nicht. Ah, siehst du? Gibt es doch schon seit Jahren nicht mehr. Hä? Ja, aber irgend so Augmented, gibt es nicht neue Augmented Reality Glasses? Doch, sicher. Ja, wie hieß denn dieses Dings da, was Facebook gekauft hat? Oculus. Aber das ist, äh. Ja, genau. Ja, Virtual Reality. Ach so. Ja, stimmt. Google Glass war ja Augmented Reality, genau. Oh, ich spiele an. Den finde ich ganz nett, aber ich will halt nicht so fünf Kilo Brille anhaben. Was, die Oculus Rift, meinst du? Nee, auch das Google Glass, das war ja riesig. Echt? Ja, da war ja noch der halbe, 15 Kilo Akku mit dran. Okay. So ein Blei-Akku. Ach so, an einer Seite vom Kopf ging der Rift. Ich hab so ein komisches Gefühl am Hörer. Muss ich halt entscheiden, Tesla antreiben oder Google Glass. Ja. Bist du warm? Das ist wahrscheinlich einfach jeder Geigerzähler im ganzen Land angeschlagen, wenn du am Haus vorbeigelaufen bist. Nee, so ein Blei-Akku, der schützt dich vor Strahlung. Haha. Ja, aber nur in eine Richtung. Ach so, ja. Nicht in Richtung Kopf, nur nach außen. Stimmt. Ach, was ein Glück. Ja. Nein, sowas brauchen wir nicht. Google Glass Reaktor betrieben. Ach so, Röntgenbrille. Ob es Röntgenbrillen bei Battlestar Galactica gibt? Soll das eine goldene Überleitung sein? Eher eine bronzene oder eine bleierne. Eine bleierne. Aber es ist ja nicht alles Gold, was glänzt, ne? Ich bin angerostet. Ich muss erst mal wieder reinkommen. Jetzt feuert er aber ein Feuerwerk aus Metallen ab. Gott. Das ist ja fast wie eine Supernova. Das ist die Folge. War das nicht? Nee, was? Falsche Folge. Mhm. Oh, falsches Mauspad, falsche Folge. Alles Falsche. Ich würde sagen, wir sehen uns in zwei Wochen. Ciao. Erster Einspieler, bitte. Ja, erster Einspieler. Nein. Ich glaube, er kommt tatsächlich mal zur Folge. Das ist der erste Einspieler des Tages. Wir müssen jetzt nicht plappern, bis Mario kommt, falls der Bob noch auftaucht. Nein, nein, wir fangen jetzt an. Genau, wir fangen jetzt an. Aber es ist eine unserer besten Folgen, warten auf Mario. Das stimmt. Aber das Verweis auf den Lost-Podcast www.zahlensender.net slash lost. Nee. Ja, das Auge des Jupiter. Richtig, Jan. So heißt die neue Folge. Cool. Zu Englisch, The Eye of Jupiter. Das haben sie gut übersetzt. Ja, endlich mal. Ist die elfte Episode der dritten Staffel und wurde im Dezember 2006 ausgestrahlt und in Deutschland im Februar 2008, wenn ich das richtig zusammenkriege. Regie führte Michael Reimer und das Buch kommt von Mark Verheiden. Wir haben 41.402 Überlebende an Bord der Galactica. Und ja, es ist eine Doppelfolge. Zumindest in der Version, die ich habe, haben die beiden zwar unterschiedliche Titel, aber hinten dran steht nochmal Part 1, also Teil 1 und Teil 2. Wobei ich gerade sehe, auf Wikipedia steht das tatsächlich nicht dran. Ja, aber von der Inszenierung her ist das sehr, sehr offensichtlich. Also wenn ich mich jetzt noch dunkel dran erinnern kann, steht im DVD-Menü auch kein Teil 1 und 2 dran. Ah ja, interessant. Aber vielleicht irre ich mich auch. Das ist nur so der erste Gedanke, den ich habe. Das Auge des Jupiters und dann Supernova in Klammern, das Auge des Jupiters Teil 2. Gibt es übrigens, glaube ich, echt, also der Jupiter hat ja diesen roten Sturm. Ja. Und ich glaube, das wird auch das Auge des Jupiters genannt. Ja, natürlich. Das wird so genannt. Das rote Auge. Ah. Also für mich war das ganz klar. Ich habe die ganze Zeit daran gedacht und dann habe ich mir überbelegt, dass die das ja gar nicht kennen und dass das für die eher eine mythologische Bedeutung hat, weil sie ja diese Götternamen haben, dass sie das eben damit eigentlich meinen und sie kennen ja dieses Jupiter-Auge gar nicht von dem Planeten. Aber der 13. Stamm ja schon, denn der ist da ja vorbei. Geflogen. Genau. Und vielleicht kommt es tatsächlich daher. Und das sieht ja auch so aus wie so ein Wirbelsturm. Also das passt schon. Der wird irgendwann verschwinden. Wie auch der Jupiter übrigens. Ich glaube aber, der Sturm wird vor dem Jupiter verschwinden. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Okay. Warum? Das kann man auf Spektrum der Wissenschaft nachlesen. Vielen Dank. Details. Die Zusammenfassung der heutigen Folge hat Phil dankenswerterweise übernommen. Gott sei Dank nicht Mario. Also nicht wegen Mario, aber er ist halt nicht da. Hast du gut rausgeredet. Wow. Er hat ja auch gesagt, dass er glaubt, dass mir die Boxfolge gefällt. Das nehme ich persönlich. Ja, die gefällt dir doch auch. Ja, das kannst du jetzt ja hier richtig stellen. Genau. Ich habe sie nicht geguckt. Hast du den Podcast dazu gehört? Sonst wird der ja nicht. Ach so, ja natürlich. Ich höre jede Zahlen-Cylonen-Sender-Folge, in der ich nicht dabei bin. Und auch Impulssender. Ja, obwohl da muss ich sagen, habe ich aufgehört zu hören, weil ich jetzt die Leftovers anfangen will zu gucken. Das ist sehr, sehr gut. Sehr gut. Dann haben wir einen überzeugt. Damit haben sich die ungefähr verdoppelt, die Anzahl der Leute, die in der Leftovers schauen. Die Anzahl der Zuschauer, ja. Ich glaube, ich habe jetzt bei Mitte zweiter Staffel aufgehört, euch zuzuhören, weil ich es erst gucken möchte, weil ich es sehr interessant finde. Ja, ja, ja. Aber ich höre ich sehr gerne dazu. Gibt es allerdings nirgendwo in keinem Streaming-Abo, was du hast. Da musst du dir von kaufen. Irgendwo hier im Alpenland werden die das schon haben. Anderweitisch besorgen. Ja, wie mit allen HBO-Series. Hier kommt jetzt, heute kam der neue Trailer für die Game of Thrones-Staffel, die Finale. Habe ich vorhin gesehen. Und die Zusammenfassung hat freundlicherweise Phil übernommen. Ja, kommen wir zu spannenderen Themen, zum Beispiel Algen. Nach dieser spannenden Folge, in der Dings hier gestorben ist, an deren Namen ich schon nicht mal mehr erinnern kann. Cat? Cat, genau. Mit K. Sind sie jetzt auf diesem schönen Planeten angekommen, auf dem es diese leckeren, nahhaften Algen gibt und haben angefangen, die zu ernten. Gleichzeitig haben sie da diesen komischen Tempel gefunden, den der Chief in dieser Folge untersucht, weil der die Aufgabe bekommen hat, diese Symbole da drin irgendwie zu entschlüsseln und die darin versteckte Botschaft zu offenbaren. Die Zylonen springen in eben dieses System, fangen aber komischerweise nicht an, direkt auf die Menschen zu schießen, sondern da kommt dann diese Szene, die wir in dem Einspieler kurz gehört haben. Einige der Zylonen-Modelle kommen zusammen mit Balta auf die Galaktika und bieten großzügigerweise an, wenn die Menschen einfach gehen, dann werden sie am Leben gelassen. Ja, und sie dürfen eben Balta behalten. Adama ist nicht so ganz überzeugt von dem Plan und sagt, also im Zweifelsfall macht er den Tempel mit den Nuklearwaffen platt, über die die Galaktika verfügt. Und dann, ja, kommt es zu so einem, wie nennt man das dann? Stand-off? Also, ja genau, zu einem Stand-off. Also, keiner traut sich so richtig, sich zu bewegen, weil für alle ja dieser Tempel so extrem mit Bedeutung aufgeladen ist. Und dieser Stand-off wird dann dadurch aufgebrochen, dass die Zylonen heimlich eine, schon eine Landungsparty auf den Planeten gebracht haben, direkt nachdem sie in das System gesprungen sind. Diese Party versucht eben, die sich noch auf dem Planeten befindlichen Menschen zu überrumpeln und den Tempel einzunehmen. Gleichzeitig schicken sie noch mehrere Transporte Richtung Planet. Adama lässt daraufhin die Atomwaffen scharf machen und droht zu feuern. Und spätestens daran erkennt man dann eben, dass es sich um eine Doppelfolge handelt, weil so die Folge dann auch endet. Und als zwei kleine Sideplots in dieser Folge gibt es zum einen mehr Beziehungsgeschichten zwischen Apollo und Starbuck und den jeweiligen Ehegatten. Sowie der Tatsache, dass, ich kann mir nicht merken, welcher Rufname jetzt der richtige ist. Athena oder ist das die andere? Also dieser Zylon, der ein Kind gekriegt hat mit Athena. Athena. Ja, genau, Athena. Erfährt, dass ihre Tochter noch am Leben ist, sich auf einem dieser Basissterne befindet, die in dieses System gesprungen sind und dass sie furchtbar krank ist. Alles klar, vielen Dank. Das waren aber mehr als fünf Sätze heute. Und sie erfährt von Puma. Der Anderen. Genau, ja. Ich habe ja auch extra nichts angekündigt. Okay, keine falschen Erwartungen wecken. Ja. Ganz schön finde ich, dass man so ein bisschen am Anfang gleich so da reingeworfen wird, nachdem man ja in der letzten Folge den Weg zu diesem Algenplaneten gesehen hat, wie sie da jetzt hingekommen sind. Dass sie da jetzt einfach so mittendrin stehen und das aber jedem eigentlich klar war, das ist jetzt genau das, wo sie in der letzten Folge hingesprungen sind. Und sie sagen dann noch so, die schmecken oder sie riechen genauso schlecht, wie sie schlimm, wie sie schmecken oder so am Anfang. Nichts hebt die Moral der Crew mehr, wenn du nach rationierter Nahrung Algen essen kannst. Ich habe mich bei dem Folge echt gefragt, wie sie das mit den Schauspielern gemacht haben, dass sie die ganze Zeit so schwitzen. Haben die immer eingerieben oder haben die einfach überall die Klimaanlage... Die haben die so Sprühflaschen, die ich auch im Sommer nehme, wenn es mir zu warm ist. Ich dachte halt... Du nimmst die aber andersrum. Oder ist es ganz realistisch und in dem Zelt oder so stellen die einfach noch Radiatoren auf. Nein, das hat bestimmt Adama vorgeschlagen. Das ist schön. Das ist doch nicht so. Ich bin hier Regisseur. Nehmen wir diese Sprühflaschen, okay. Das ist aber kein Method-Acting. Nein. Naja, ich meine, wie viele der Schauspieler haben Großkarriere gemacht nach der Serie? Keiner. Null? Ja, genau. Aber die Präsidentin hatte schon eine Karriere. In Independence Day. In Independence Day. Ja. An das Anderes kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht erinnern. Aber Adama hatte schon einen guten Job gemacht. In Blade Runner. Und in Miami Vice. Das stimmt. Und danach in Blade Runner. Und dabei auch weiß. Boah, ich hab gerade so... Sie ist quasi eine erfolgreiche Hillary Clinton. Sie war First Lady und ist später Präsidentin geworden. Das war es Frau Clinton vor. In einem anderen Film, ja. Aber nicht geschafft hat. Genau. Und in einem anderen Universum. Aber davon sehen wir jetzt mal ab. Klar, ja. Ja, was passiert denn da am Anfang? Nix. Sie legen Rohre hin. Dieses Beziehungsgewurmsimmer. Sieht so zu, wie die schwitzend diese Algen ernten und die sich halt so gegenseitig anzicken, weil sie alle Beziehungsprobleme haben, aber nicht wirklich drüber reden, sondern nur sagen, du bist doof. Ja, du bist auch doof. Aber immer zweimal mehr wie du. Vor allem, wenn der Raptor dann landet und Lee geht eben hin, um dann Starbuck den Arsch in Anführungsstrichen aufzureißen. Nochmal Anführungsstriche. Die fangen eben an, im Raptor rumzumachen und dann erst zieht sie sich und sagt, nein, ich will mich nicht scheiden lassen, aber lass jetzt vögeln. Und dann zieht er sich auf einmal. Mit diesem Argument. Ich habe nicht geschworen. Ja, und dann zieht er sich und sagt, ah nein, wenn ich meiner Frau in die Augen gucke, sehe ich jedes Mal die Schuld, wo ich denke, ja, dann lasst es doch einfach. Guck dir doch nicht in die Augen, Mensch. Oh, das war so frustrierend. Lasst es doch einfach, mein Gott. Wenn die unglücklich in ihren Beziehungen sind, dann sollen sie doch ihre Beziehungen beenden. Die können doch einfach tauschen. Ja, eben. Aber das kann sie doch nicht. Die hat doch einen Eid gestohlen. Und Sam, dass da, hat uns eigentlich jemand gefragt, keine Ahnung. Lass mal klutzen. Man fragt dir einfach was an. Naja, Billy hat ja auch niemand gefragt. Och, armer Billy. Armer Billy. Ja, aber alle mögen Sam, dem passiert sowas nicht. Ja. Ich fand das auch nervig schon wieder. Das war bestimmt aus dem Extended Cut vom Boxkampf. Jan, du musst übrigens, wenn du den Boxkampf noch siehst, unbedingt den Extended Cut gucken. Ja. Der Directors Extended Cut. Genau, dann sag uns mal, wie der war. Den mag ich bestimmt auch. Der war bestimmt besser als der Not Extended Cut. Der soll sogar auf einer bestimmten CD-Version drauf sein. Ja, und diese bestimmte CD-Version, davon gibt es eine Ausgabe, die hat der Regisseur und bei sich zu Hause. Und der hat ungefähr 13.000 Fake-Accounts bei IMDb gemacht. Und immer 10 Sterne gegeben. Jetzt ist der Groschen gefallen. Oh, Mann. Oh, Mann. Also, aber faktisch waren die ja schon fertig mit ihrem Algen-Gelöt, wenn man das so verstanden hat. Weil die waren ja schon dabei, alles zusammenzupacken und wieder zu gehen. Ja, sie haben auch Glück, dass sie fertig sind, weil, wie man später sieht, müssen sie ja dann auch schnell weg. Ja. Zum Glück, sonst hätten wir uns das ja auch noch angucken müssen. Sonst hätten wir da nochmal einen Planeten suchen müssen. Oh, mit noch mehr Algen. Vielleicht hätten sie dann den Karamellplaneten gefunden. Der war nämlich hinter dem Algenplan. Oh, nein. Hätten wir doch nur weiter geguckt. Achso, die Landschaft. Wisst ihr, wo das aufgenommen wurde? Das sah alles so seltsam aus. War doch wahrscheinlich Kanada, oder? Das ist ein schöner Satz. Nein, weil die Serie... Ganz, ganz großartiger Satz. Das ist ein Assoziator. Nee, es müsste ja Kanada gewesen sein, weil die Serie wurde doch in Kanada aufgenommen. Aber die Landschaft sah nicht so kanadisch aus. Aber vielleicht lag das auch durch das Überstrahlte, dass man das eh verfälscht hat. Also, ich weiß auch nicht, ob du das wusstest, aber Kanada ist relativ groß. Ja, aber es sieht nirgendwo mediterran aus. Und das sah für mich mediterran aus. Es sah schon recht karg aus. Und ich glaube auch, also es kommt, keine Ahnung. Also es gab auf jeden Fall mal wieder eine Menge Tannenbäume, die es oft in dieser Serie gibt. Kann man, da gibt es doch bestimmt auch Material. Das stimmt, aber ich meine jetzt da dieses Tal, in dem die waren. Aber das lag vielleicht einfach ein bisschen übersprachlich. Ja, aber um deine Frage zu beantworten, nein, ich weiß nicht, wo diese Folge gedreht wurde. Vielleicht in Kanada? Drehort. Ah, ich weiß es doch. Ja. In Italien. Kanada. Ja. Venedig. British Columbia. Ah, ja gut, das sieht man ja sofort. Also doch, durchs Überstrahlte. Das ist ja auch immer so ein komischer Filter noch. Überstrahlte sieht es mediterran aus. Ja, das meine ich mit Überlauffilter. Mit Überstrahlte. Vor allem dieser Krisselfilter, wenn du das auf dem großen Bildschirm guckst, ist der echt übel in der Serie. Ja, ich habe mich auch gerade gehört, wie subtil Ben gerade mit seinem Monitor angegeben hat. Nein, weil ich gucke es auf dem Handy. Aber ich glaube, sie haben halt es gemacht wegen der Supernova nahen Sonne, die da kreist. Aber ist das nicht immer so, dieses Gekrissel? Ja, aber dieses Verstrahlte war schon extrem. Ja, nee, dass sie halt diesen Blaufilter drüber gelegt haben und so weiter. Das ist, glaube ich, um zu zeigen, es ist eine helle, überhelle Sonne. Ja, nee, ich habe gerade überlegt, deswegen ist es da auch so heiß. Das soll das schon andeuten, wahrscheinlich heißer als sonst. Und deswegen vertrocknet alles. Und die haben gerade noch Glück, dass die Algen noch da sind. Ja, in der Folge sagt Gator ja auch, dass die Sonne kurz vorm Exitus ist, relativ. Und bei Sonnen ist das ja so, die begehren dann nochmal auf und werden ordentlich heiß. Ja, aber doch nicht innerhalb von Stunden, oder? Nee, glaube ich nicht. Naja, aber es kann ja auch schon länger sehr warm sein. Ja, aber der sagt doch irgendwann in dieser Folge diese, ja, da wird so eine Supernova draus. Vielleicht jetzt gleich oder vielleicht in Jahren, wer weiß das schon. Ja. Und dann, ja, und dann dreht die Sonne ja aber innerhalb von Minuten auf. Ja, weil sie eben gehört hat, da hat so ein kleiner Mensch sich erdreistet, ihr Vorschriften zu machen. Ich glaube, sie sagen nicht mal Supernova, sondern sagen immer nur Nova. Ach so. Ja, okay, wenn es nur eine kleine ist. Ich meine, sie sagen Supernova. Na gut. Ich wollte eigentlich zu den Zulonen kommen. Okay, war die auch. Denn die kommen ja jetzt. Ach so. Ich fand das lustig, als, ähm, Adama hat ja mit dem Chief gequatscht. Nee, mit Lee. Und die Präsidentin war ja in seinem Büro. Und dann auf einmal ging der Alarm los. Und der alte Mann ist so übel zusammengezuckt, als der Alarm losgegangen ist. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das gespielt war. Das war richtig böse. Jesus, ich hab doch gesagt, ihr sollt mehr anzeigen, wenn der Alarm abspielt. Nicht den Alarm abspielen, gebt mir doch einfach ein Zeichen. Feuer. Ja, da springen einfach mal vier Zulonen-Sperren in das System. Und sie greifen nicht an. Und wir haben sie das gefunden durch diese tolle Kombination aus den, die Hand, die fünf Finger und so, was ich da bald da in der letzten Folge zusammengereimt hatte. Ja, wenn vier Finger in die Richtung und dann der Daumen. Genau, Daumen regelt der linken Hand. Strom und Spannung, ach egal. Und ja, aber sie greifen nicht an, wie du schon in der Zusammenfassung gesagt hast, sondern sie schicken eine Delegation los. Ja, erst rufen sie ja an. Ja. Und dann gibt's ja diese schöne Szene, wo alle ganz gespannt auf den Lautsprecher starren. Und dann hört man diese wunderschöne Stimme von Gaius Balter. Der dann natürlich noch mal erwähnen muss, dass er Gaius Balter ist. Alle wussten das ja noch nicht in dem Moment. Man hat es ihren Gesichtern ja noch nicht angesehen, dass sie erkannt haben, mit wem sie reden. Ich weiß ja nicht, ob ich da so Wert drauf gelegt hätte, das noch mal zu betonen. Nee, wirklich nicht. Habt ihr mich vermisst? Flucht nach vorn. Wirklich. Weil er hat sie ja schon wieder gerettet, wie er auch schon wieder mehrfach sagt. Kurz bevor die Präsidentin wortlos den Raum verlässt. Die hatte die auch nicht einmal angeguckt. Ja. Die ganze Zeit an ihm vorbei oder nach unten. Und genau, dann kommen sie, diese Delegation mit Balter und auch Bruder Kevil. Und ich hab diese Szene eingespielt mit Bruder Kevil, weil ich die einfach wieder so schön fand. Wer einfach so sagt, ich improvisiere, ich gebe etwas dazu. Damit es schmackhafter wird. Genau. Ich füge etwas bei. Genau. Mit dem Typen kochen. Dienens Rockwell ist immer noch der beste Charakter in der ganzen Serie. Wieso schmeißt du Zucker auf meine Polonaise? Ich improvisiere, ich füge etwas bei, um es süßer zu machen. So ein bisschen wie bei Asterix und Kleopatra. Und kochen. Genau. Und ein bisschen Vitrinol. Nein. Oder doch? Na bitte. Und dann buchst du das Soße rein. Nein. Daneben nicht. Dumm, 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 dumm. Das ist nachdenkenswert, dieses Angebot. Dann werden sie doch so ein bisschen, sie einigen sich ja dann nicht, weil die anderen hauen ja dann einfach wieder ab und nehmen Balta mit, weil der ist ja dann hinterher wieder auf dem Basisstand. Ja. Ja, die Menschen sind ja auch nicht drauf eingegangen. Genau. Ja, das Angebot war jetzt auch nicht so geil, muss ich sagen. Klar, Balta bekommen ist schon nett, aber alles andere abgeben, mh. Ja, vor allem hast du ja nichts davon, wenn die Zylonen dich dann trotzdem platt machen. Und dann fand ich aber auf dem Basisstand, das fand ich eine schöne Szene, weil das mal so eine Besprechung war, so eine Lagebesprechung, wie man sonst eigentlich auf der Galactica immer sieht. Ja. Und Keville meinte so, es ist uns doch egal, ob wir fünf Minuten warten oder 5000 Jahre, wir sind Maschinen. Ja, fand ich, fand ich total clever. Ich bin da, weil wir total verwirrt gewesen, weil es gab ja auf Neu Caprica diese Gruppe, die sich mit den Menschen arrangieren wollte und er war ja auch dabei, aber seit Neu Caprica ist er wieder voll auf dem Auslöschungstrip, oder? Ja, aber das ist doch, weil er sich die Kehle mit der Patrona aufschlitzen musste. Ja, aber es ist immer noch diese Gruppe, oder diese Zylogengruppierung, die eigentlich koexistieren wollte. Ja, aber die Stimmung kippt halt so ein bisschen, weil das einfach nicht so gut funktioniert hat mit der Kooperation. Ja, und er ist richtig geil, jetzt den Genozid zu vollenden. Genau. Er war ja auch lange Zeit nicht dabei, nachdem er gesagt hat, ich muss mir das nicht länger mit ansehen. Und ich mag ihn nach wie vor überhaupt nicht. Echt, ich mag ihn sehr. Deswegen finde ich die Szenen mit ihm auch gar nicht so schlecht, eigentlich gut, weil er mich so aufregt, weil ich ihn so gar nicht mag. Und manchmal mag ich es einfach ein bisschen gestichelt zu werden. Der ist so schön, der ist so schön. Sarkastisch und. Ja, aber sich auch seiner selbst bewusst. Also der ist nicht ganz so arg wie die anderen auf diesen, wir müssen irgendwie die besseren Menschen sein Trip, sondern der ist manchmal wie so ein kleines Kind, der so ausprobiert. Ich habe mal gelesen, Verhandlungen funktionieren so, dann schiebe ich jetzt mal diesen Balter damit um. Ja, aber gleichzeitig hat er auch so ein bisschen was wie Mr. Anderson, nee, Mr. Smith bei Matrix. Ja, also dabei halt völlig moral befreit, aber der hat auf jeden Fall eine ganz eigene Perspektive auf die Dinge, auch im Vergleich zu den anderen zu lohnen. Mhm, genau. Und das finde ich sehr spannend. So, was jetzt aber schon wieder auffällt ist, dass Dana die anderen hintergeht, denn sie hat schon, wie man in dieser Besprechung dann auch gleich, wie sie jetzt verrät, sie hat gleich, nachdem sie zurückgekommen sind, schon gleich eine Delegation von Kriegsschiffen, also Jägern, auf den Planeten geschickt, ohne den anderen Bescheid zu sagen oder es abzustimmen. Das finden die nicht so gut erst mal. Nee. Ja. Genau, weil in der Zylon-Gesellschaft ja quasi alle wichtigen Entscheidungen von den Modellen gemeinsam getroffen werden müssen. Mhm. Es gibt da anscheinend immer ein Sprachrohr. Ja, zumindest mit Mehrheit halt. Genau. Hatten wir irgendwann mal zuletzt das Thema, dass die irgendwie untereinander alle wissen, was der jeweils andere denkt oder will oder tut? Ja, aber da hatte ich irgendein Argument dagegen, was du gut fandest. Genau, aber jetzt... Ach so, dass das nicht funktioniert, dass Athena sich als Boomer verkleidet auf Neukartiker. Aber jetzt hat man doch tatsächlich gesehen, in der Folge, wo sie diese Besprechung gemacht haben, ich weiß nicht, ob das jetzt am Ende war, wo sie besprechen, ob sie sich zurückziehen oder am Anfang, ist auch egal. Auf jeden Fall sieht man, wie einer so kurz in sich kehrt, kurz die Augen schließt, kurz nachdenkt und danach sagt, wir haben abgestimmt, wir sind uns einig. So nach dem Motto, als hätte er noch mal mit den anderen geredet, mit den anderen seinesgleichen. Ja, aber vielleicht funktioniert das halt nicht automatisch, sondern nur mit internem Telefon. Ja, oder so. Haben wir jetzt die Skype? Wir haben kurz eine Doodle-Umfrage gebracht. Genau. Wieso nicht? Da haben wir sich doch... Ja, nein, vielleicht. Genau. Vielleicht, verdammt. Einer stellt die Umfrage ein und alle anderen klicken. Ja, genau. So wie wir das auch immer machen. Und dann ist immer einer, der... Der Letzte ist immer dagegen. Genau. Einer, der ist halt nie beantwortet. Oder so, genau. Ich bin dagegen, dass wir diese Frage überhaupt diskutieren. Dann machst du mal eine Doodle-Umfrage. Dann mach mal eine Slack-Umfrage. Ja, fand ich aber schön, um mal wieder einen Blick in die Gesellschaft reinzulegen. Statt immer nur mit den Ergebnissen konfrontiert zu werden. Gleichzeitig, bei der Delegation, gibt es ja dann noch das Gespräch zwischen Boomer und Athena. Denn Boomer darf ja nicht mit reingehen. Nachdem Athena sagt, dass sie die war, die den alten Mann erschossen hat. Und dann verrät Boomer, Athena eben, dass Hera noch lebt. Und daraufhin die Szene mit Adama und der Präsidentin fand ich sehr schön. Weil er sie ja dann so sanft unterbricht, als sie ihm eigentlich aus dem Buch da vorliest, als er reinkommt. Und dann nur so die Frage stellt und sich dann so fast zusammenklappend erstmal hinsetzen muss, als sie ihm das erzählt. Und dann geht er einfach stumm raus. Genau, als sie dann irgendeine Ausrede suchen will, geht er einfach raus. Ja, finde ich super. Fand ich aber auch eine wichtige Szene, weil es tatsächlich ja noch nicht klar war, ob Adama in diesem Plan mit drin war und wusste er, dass das Baby noch lebt. Das habe ich mir auch die ganze Zeit überlegt. Ja, nee, das wusste man bis dahin nicht. Ja, ich dachte nämlich, der wäre mit drin, das hatte ich die ganze Zeit so im Kopf. Ja, weil ich nämlich damals schon, als es da drum ging, da hatten sie ja darüber gesprochen, vor Neu Caprica, als Athena in die Flotte aufgenommen wurde, mit diesem Thema Vertrauen und so. Deswegen heißt es Vertrauen, hat er ja noch so gesagt. Und da hatte ich ja noch angemerkt, wenn sie wüsste, dass er ihr Kind weggenommen hat, aber dann wusste der davon gar nichts. Hat die Serie gut gemacht, he? Ja. Das ist richtig gut, auch von ihm geschauspielert, wie er dann eben rausgeht, weil er hat ja unwissentlich zwar, aber seine Untergebene belogen und er muss da jetzt wieder klarstellen. Und sie, Roslyn, ist nach wie vor nicht hundert Prozent offen zu ihm, obwohl die beiden als Köpfe der Flotte eigentlich hundert Prozent auf einer Wissens, nicht Wissensschiene, auf einem Wissensstand sein müssten. Das war halt keine militärische Entscheidung. Aber ich glaube schon, dass ihn das... Das war eine erziehungswissenschaftliche Entscheidung. Ja, da ist sie als Pädagogin viel besser qualifizierende Entscheidung. Aber natürlich vor den anderen beiden, also vor Hilo und Athena, verteidigt er das natürlich. Was heißt, er verteidigt das? Aber er versucht sich da so rauszureden und da hat er natürlich auch gar keinen Bock drauf, dass er jetzt da die Scherben aufsammeln muss. Ja, er hat einfach nur gesagt, wie es ist. Genau, also er hat halt so gesagt, aber sie haben ihr Kind wenigstens noch oder es lebt wenigstens noch. Naja, auf den Vorwurf. Ja, genau. Und damit ist das jetzt auch erstmal wieder vorbei und es geht weiter mit Richtung Atomraketen, oder? Ja, vielleicht könnten wir nur kurz diese Szene, die finde ich nämlich seltsam, wie dieser Tempel überhaupt gefunden wird. Das ist ja so, dass der Chief einfach so von einem Moment auf den anderen an diesen Ort gerufen wird im Prinzip. Genau. Es gibt ja überhaupt keinen Grund für den da hinzugehen, durch sich irgendwie durch so eine Höhle durch zu quetschen und da, also, es wird ja so ein komisches, übernatürliches Moment, was keine, wo es so keine plausible Erklärung dafür gibt, finde ich. Zumindest nicht in der Folge. Gibt's auch nicht. Ja. Er kann das sicher selber auch nicht erklären, aber genau wie der Kram mit der Nova, Supernova, nachher, kann's ja auch nicht so erklären. Ja, aber sowas kann ich mir halt noch eher, weißt du, wenn halt irgendwelche physikalischen Prozesse, halt einfach ganz. Den Zeitpunkt, das sagt ja auch Gator, dass er sich das nicht erklären kann, dass eben die Wahrscheinlichkeit, dass Zylonen Menschen zu diesem Zeitpunkt auf dem Planeten auf diese Tempel stoßen, wenn dann eben noch der. Gab's ja aber auch die Erklärung zum Beispiel, dass die nicht die Supernova gemeint haben, die da jetzt gerade entsteht, sondern eine, die halt damals gerade zu sehen war. Ja, aber auch allein das, die entsteht, ist, äh. Ja, und dass sie gerade jetzt auf dem Algenplaneten sind, wäre eine Woche später gekommen, wäre einfach weg gewesen. Ja, gut. Sowas, sowas kannst du aber entweder einfach als Zufall abtun oder kannst sagen, es ist eine Dramaserie, da muss was passieren und stellst sowas nicht weiter in Frage, weil halt der Plot das erfordert, aber du könntest ja so ein Tempel finden, könntest du auch machen, oh, der hat gerade nach einer neuen Algenstätte gesucht und bricht irgendwo durch den Boden und liegt mehr in dem Tempel. Oder einfach pinkeln und bricht durch den Boden oder mal wandern und bricht durch den Boden, nein. Also du musst es ja nicht so inszenieren, dass er plötzlich so ein, so ein. Ich glaube, dass die einfach das beides verbinden und das mit ein bisschen Spiritualität begründen. A, dass er einen Tempel findet, B, dass zu dem Zeitpunkt das Zeichen erscheint oder erscheinen wird. Auf jeden Fall mysteriös. Ja, ich denke auch, dass ich irgendwas dabei gedacht habe. Ich glaube, dass sie einfach so ein Pfeifen in sein Ohr gelegt haben, ohne sich da groß Gedanken zu machen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wobei ich das auch habe. Aber du findest dann keinen Tempel. Bisher auf jeden Fall. Du gehst einfach zu wenig spaziert. Lauf doch mal diesen Pfeifen hinterher. Geh doch mal British Columbia. Ja, genau. Das ist doch jetzt weg. Das ist doch von der Supernova verbrannt worden. Zumindest nicht von Atomraketen. Oh, das dürfen wir nur noch spoilern. Spoiler. Spoiler. Adama ist ein Ceylon. Achso, und was wir auch noch sehen, ist, dass Starbuck abgeschossen wird. Oh ja. Direkt nachdem sie losgeflogen ist. Die hat da irgendwie das taktische Kommando und schickt Starbuck auf eine Aufklärungsmission. Was Starbuck so abtut mit, ja, ja, habe ich ja auch schon hunderttausend Mal gemacht. Und dann wird sie direkt abgeschossen. Ja, schafft es aber noch. Achso, ich dachte, du sagst jetzt gleich den viel dramatischeren Teil. Weil sie Ceylon entdeckt hat, oder was? Nein, nicht nur, dass die Starbuck in diese Situation bringen, sondern dass dann Apollo die befiehlt, Starbuck zu retten. Das kommt erst in der nächsten Folge, das hast du jetzt gespoilert. Echt? Ja, weil in dieser Folge, die endet ja auch hochdramatisch mit dem Stand-off zwischen Apollo und, ähm, Anderson. Weil Anderson gehen will, um sie zu suchen. Und Apollo ihn nicht gehen lassen will, weil er ja die Zivilisten befehligen soll. Das ist ja fast so wie, ähm, schießen sie jetzt aufeinander oder werden die Atomraketen abgefeuert? Dann ist es auch egal. Ähm, aber das, das gipfelt ja so auf das Ende der Folge hin. Ich fand das Ende aber schön, als, als sie das mit den Atomraketen vorbereitet haben, dass sie auf den Planeten feuern, bevor die Ceylonen landen können. Weil die Präsidentin, die wusste gar nicht mehr, was um sie rum gerade passiert. Ja. Sie will das ja nicht, ne? Sie will die Kontrolle haben. Ja, ja, natürlich. Und sie will auch nicht. Es ist eine militärische Entscheidung. Ja. Und keine religiöse. Sagt sie nicht noch so, ähm, sie kaufen den Bluff nicht. Und dann sagt Adama noch so, wer hat was von einem Bluff gesagt? Ja. Und dann werden nach und nach durch 23 Sicherheitsvorkehrungen die Atomraketen schaffen. Und dieses Sicherheitsding, was Tai da aufklappt, ist nicht so ganz sicher. Es ist irgendwie nur so ein Gestell rundherum, aber man kann doch in der Mitte sein. Das hab ich mir auch gedacht, da war gar kein Deckel drauf. Hätte auch einfach tippen können, ohne diese zwei Schlüsse zu machen. Ja, das hab ich auch gedacht. Das war die Roter Oktober sichere. Glas oder sowas. Moment, bei Roter Oktober brauchst du doch auch die zwei Schlüssel. Ja, die brauchten die auch. Oder bei Golden Eye. Oder bei Golden Eye. Und du brauchst einen Hilfskoch. Genau. Der Hilfskoch. Passen Sie auf, auf was Sie schießen. Manche Dinge reagieren hier unten nicht so gut auf Kugeln. Ja, ich zum Beispiel. Zum Beispiel. Ach, ein toller Film. Lange nicht mehr gesehen. Ja, das stimmt. Ich hab's am Weihnachten, glaub ich, noch gesehen. Ja. Weil wir dann Jack Ryan geguckt haben. Ist auch ein schon mektierenden Film. Da kann man ja auch an Weihnachten gucken. Ach, Jack Ryan kam dann im Kino. Oder Serie oder was? Die Serie. Naja, da gab's ja jetzt einen Film. Den haben wir geguckt. Und jetzt hab ich, da ist nämlich eine der einzigen Sachen, die man in der Schweiz auf Amazon gucken kann, ist Jack Ryan. Mhm. Die Serie. Ja. Hab ich eine Folge von gesehen und, äh, ja. Ist dabei belassen. Gute Entscheidung. Phil fand die gut. Ich fand die erste Folge sehr gut eigentlich. Aber, also was heißt sehr gut? Ich fand sie in Ordnung. Ich hab das einfach gerade so behauptet. Ja, du hast das einfach so behauptet. Ich fliege nicht in den Leben. Ich fand die ungefähr so, wie ich diesen neuen Jack Ryan Film auch finde. Ach, von dem hattest du gesprochen, nicht von der Serie. Das geht schon. Wenn man gerade nichts, also, hm, aber muss jetzt auch nicht. Ich fand das fast so solide Spionage-Filmarbeit. Das ist so ein bisschen wie Mission Impossible. Ja, halt so zweieinhalb, drei Sterne. Ja, schon drei. Ich weiß gar nicht, was ich dem gegeben hab. Aber ich mag den Schauspieler von der Serie. Wie heißt der? Kaczynski? Ich, den fand ich total, der war für mich ein totaler Reinfall. Nee, ich mag den. Dieser Gesichtsaus, also ich kenn den nicht. Ich hab den noch nie irgendwo gesehen. Aber der hat immer diesen, ich hab das dem, ich hab dem die Rolle, die konnte ich dem nicht abnehmen, weil der, der sieht einfach ein bisschen dumm aus. Und ist aber in dieser Serie so dieser Superkiller, der mega intelligent ist, der. Er ist ja nur der Analyst. Ja, genau. Das ist der, der, der Superkiller-Analyst, der gleichzeitig noch ein Börsengenie ist. Und also. Ja. Drei Sterne hab ich Jack Ryan gegeben, tatsächlich. Mit Captain Kirk. Captain Kirk? William Shatner? Nein. Das ist fein. Da kam der vor. Nee, ich mein die 2014er-Verfilmung. Ah ja, der neue Captain Kirk. Ja, genau. Ja, natürlich der neue. Ja. Ich dachte, der, ich dachte, komm, William Shatner da ja auch noch vor. Kevin Kostner. Wow. Der kann. Genau, genau. Wir schweifen aber ab. Ein bisschen. Ja. Aber ich muss noch kurz einwerfen, jetzt wo ich das gerade sehe, Regie hat Kenneth Brennick geführt. Ich mag den. Wer ist das? Ja, der hat aber auch schon bessere Zeiten. Also, ich mag den auch lieber als Schauspieler, aber ich mag ihn generell. Was hat er gemacht? Jack Ryan? Dunkirk. Thor. Ja, Avengers Infinity War, irgendwas mit Harry Potter. Bei Valkyrie, also bei Operation Valkyra hat er mitgespielt. Mord im Orient Express hat er mitgespielt. Der hat doch nicht Infinity War gemacht. Nee, hat er mitgespielt, oder? Ach so. Oder hat er produziert? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, er hat mitgemacht. Da unterscheidet das Ding ja nicht. Directors vor. Ah, Mord im Orient Express hat er mitgespielt und hat Regie geführt. Hat sogar die Hauptrolle, hat sich selbst eine Hauptrolle geschrieben. Ich mag den jetzt noch mehr. Das ist ja genial. Das hätte William Shatner auch gemacht. Das stimmt. Ich glaube, ich gucke jetzt mal Rush. Das gibt es seit ein, zwei Tagen auf Netflix. Ist das nicht der Hund von Mega Man? Nee, das ist über Niki Lauda, wie er verunglückt. Mit Daniel Brühl und Niki Lauda. Oh, der ist gut. Hast du ihn schon gesehen? Ja. Der ist doch auch wieder von dem, der Solo gemacht hat, oder? Wie heißt er denn? Dieser ganz ... Wir waren doch schon so erstaunt, wie lange der schon Filme macht. Wie heißt er denn von Solo, der Regisseur? Regisseur. Ron Howard. Ja, Ron Howard, genau. Ja, Rush ist gut. Ich hatte gerade so Woody Harrelson gedacht. Nein, der hat da mitgespielt. Genau, der hat auch diesen Nixon-Film gemacht. Woody Harrelson, Regisseur gemacht. Frost Nixon. Frost Nixon, ja. Ja, auch ein guter Film. Also, wir sind auch so ein grundsolider Regisseur. Ja. Gut, zurück zu Battlestar Galactica. Ich wollte noch so viel mehr sagen. Können wir ja in die Pause machen. Ja, zurück. Ja, aber wir haben ja auch gar nicht mehr so viel. Genau, weil wir waren ja gerade schon beim Höhepunkt der Folge angekommen. Die Frage ist, haben wir noch was vergessen? Also, es ist jetzt zu ... Also, es ist jetzt quasi der perfekte Punkt, um die Episode zu beenden, weil wir stehen kurz davor, dass alle Atomraketen abgefeuert werden. Atomraketen, ja. Genau, und auf dem Planeten stehen sich die beiden Herren gegenüber und Lee will Enders dazu zwingen, dass er seine Arbeit macht, während Enders aber lieber seine Frau suchen will. Und da zieht dann von hinten irgendwie eine unbekannte Soldatin eine Waffe und hält sie auf Enders. Sergeant Dingsbums. Genau, eine unbekannte Soldatin. Sergeant Messiahs, die kennen wir schon. Ah, okay, Messiahs. Aber ist komisch, dass mir Rang noch im Kopf geblieben ist, aber Namen sind Schall und Rauch. Sie ist der Messias. Ja. Oder Matthias. Oder Matthias. Mir fällt nichts mehr ein, was uns noch wichtig wäre. Nö. Man kann vielleicht noch kurz sagen, dass es eben diesen Mythos gibt, aus dem die Präsidentin zitiert, aus diesem Buch, aber so richtig kriege ich es auch nicht mehr hin. Da wird das einfach mit dem Auge des Jupiter auch nochmal beschrieben. Ja, religiöses Blabla, wenn der Tempel bringt uns zur Erde. Ja. Na gut, dann machen wir den Sack zu und kommen zur Bewertung. Jan, du warst doch nicht mehr da. Alles auf dem Planeten, das ist ein Krützhaufen mit Alge. Alles am Orbit des Planeten mit dem Mexican Star Stand-Off. Hat mir gut gefallen. Also eine Eins gegenüber einer Acht, dann lande ich bei ungefähr einer Fünf. Hä, wie so eine Eins gegenüber einer Acht? Ja, unten das war eine Eins. Oben würde ich eine Acht angeben. Ja, verstehe. Und deswegen… Du musstest nur noch richtig gewichten. So, dass die Nummer auskommt, die du willst. Genau, ich gewichte oben im All ein bisschen mehr, deswegen komme ich zu einer Fünf. Obwohl da weniger Gewicht ist. Hä? Achso, ja, genau. M mal G. Ja, mir hat es so mittelmäßig gefallen. Fünf. Eine Fünf. Fünf. Will? Mir hat es gut gefallen. Bis auf diese Beziehungskiste fand ich auch den anderen Teil eigentlich auf dem Planeten spannend inszeniert. Also ich fand das gar nicht so einen großen Reinfall. ähm, und den, ja, den Teil im Weltall, das war, das war ja, da sind wir uns ja einig, dass das alles, alles spannend inszeniert war. Ähm, ich bin ein bisschen überrascht, dass du das in der Summe so schlecht siehst. Ähm. Ich bin radikal in 2019. Also ich war auf jeden Fall am, am Ende der, der Folge war ich, war ich so dabei und dachte mir, jawohl, ähm, ich, ich hab das Gefühl, hier geht's jetzt um was und die, die nehmen das alle ernst und gucken jetzt, wie, ähm, wie sie aus dieser Situation wieder rauskommen können, ohne alles, alles aufs Spiel zu setzen. Ähm, und daher geb ich der Folge acht Punkte. Ich fand das sehr spannend. Ach, Miss Phil, du warst doch noch gar nicht dran, du hättest es am Ende gewusst. Dann schneid's halt ans Ende. Acht Punkte. Ich sag das nicht nochmal. Okay, ich geb nur sechs Punkte. Ich bin da eher auf Jans Seite. Vor allem, also, der ganze Anfang hat mich genervt, weil wieder ständig diese nervige Beziehungskiste war, die mich im Boxkampf schon genervt hat. Ähm, die fand ich auch wesentlich schlechter als sechs Punkte und deswegen... Aber Atombomben! Ja, das war ja auch gut. Das reißt halt wieder raus. Nachher wird die immer besser, aber am Anfang fand ich die erst schon, boah, schwierig. Das fand ich auch richtig lustig. Ich hab mir ja vorgestellt, wie wenn die schweren Raider wieder zurückfliegen und die Atombomben wieder rein und dann fliegen die wieder zum Planeten, die Atombomben wieder raus und dann rein und raus, rein und raus, rein und raus und dann macht's bumm. Also, Entschuldigung. Also, ich bleib bei sechs Punkte. Dann hat ausnahmsweise das letzte Wort der Ben. Yay. Ähm, ja, ich hätte auch sechs Punkte gegeben, aber die Folge hatte für mich noch einen ganz dicken Bruder-Kevil-Bonus und deswegen kriegt sie von mir sieben Punkte. Aber ich mein, im Großen und Ganzen hab ich schon das meiste gesagt. Also, ich fand es auch spannend, sowohl oben als auch unten, da würde ich gar nichts abreden. Diese Beziehungssache, die war ja zum Glück nur am Anfang so ein bisschen nervig, die ersten fünf Minuten. Und danach ist die ja relativ schnell untergegangen. Zum Ende. Ja, aber da fand ich's dann noch nachvollziehbar, dass die beiden sich ankacken. Und, ähm, ja, war halt mehr so eine Opener-Folge für das, was noch kommt, aber das, was sie machen wollte, hat sie gut gemacht, also sieben Punkte. Alles klar. Wir haben fünf, sechs, sieben, acht. Krass, oder? Oh, jetzt müssen wir schnell pokern. Wegen der Straße, oder was? Ja, klar. Wenn Mario jetzt noch dabei wär, dann hätten wir voll durchgehen können. Full-Haut, nee, Flash, Roll-Flash. Hätte er zwei gegeben. Hätte er vier, oder hätte er neun gegeben? Hätte er bestimmt uns zuliebe. Beim nächsten Mal. Wenn es heißt. Ich liebe Lea Dawa. Ich möchte das nie wieder hören. Das können wir einrichten. Kommen wir zu den letzten Worten. Cara Tracy, Lea Dawa. Nein. Ähm, 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 ich improvisiere. Ah, sehr gut. Phil. Das ist eine pädagogische Entscheidung. Das war eine pädagogische. Sehr gut. Ich finde das schön. Ich sage, äh, kochen mit Kevill. Ich bin beim Karamellplanet. Karamell. Ich glaube, wir haben alle Hunger, kann das sein. Ich bin so. Da ist viel Gutes dabei. Da kriegen wir bestimmt eine Kombination draus. Bruder Kerl kocht auf dem Karamellplanet. Dann sage ich, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit einer großen Atombomben-Explosion. Und nachdem Anders in den Rücken geschossen wird. Oh, eins und zwei. Feuer frei. Ich bin ja dafür, dass Jürgen Brochnow in der nächsten Folge mitspielt. Und die Raketen abfeuert. Das muss der Battlestar abkönnen. Oder der Coach aus den Simpsons eben. Ich mag Simpsons References. Ich mag Futurama References. Ich bin aber seit ein paar Jahren nicht mehr auf dem Laufenden, was Simpsons References gibt. Ich auch nicht. Ich habe nur die alten drauf. Aber man erkennt an Leuten, an den Zitaten, die Leute von den Simpsons bringen, in welchem, ob die sympathisch sind oder nicht eigentlich. Du bist sympathisch. Er ist sympathisch. Geh jetzt pinkeln. Ich auch. Ich habe meiner Sportlehrerin auch mal einen Ball gegen die Nase geworfen. Kann man mal machen. Ein Medizinball. Hat sie gesagt, so einen schwachen Wurf habe ich noch nie. Nee, ich glaube, sie musste sich dann setzen. Ich habe mich dann entschuldigt. Warum das? Wolltest du nicht zugeben, dass es Absicht war? Es war Absicht. Sie war ein bisschen schnell. Sie war halt scheiße zu mir. Nein, sie stammten alle so im Kreis und sie hatte irgendwie gesagt, und los. Und den Ebelhaufen hat sich schon volle Kanne geworfen. Und sie hatte die Hände halt noch nicht oben. Ja, wenn die das sagt, ist sie ja selber schuldig. Hat sie in der Mitte des Kreises? Nein, mir gegenüber im Kreis. Und ich hatte einen Ball halt. So wird der Schüler zum Meister. Das erinnert mich an so eine Geschichte, die ich mal im Internet gelesen habe, wo eben auch ein Typ einem anderen beim Fußball aus nächster Nähe den Ball ins Gesicht geschossen hat. Und der lag dann auf dem Boden und er geht zu ihm hin oder läuft zu ihm hin und will sagen, are you okay? I'm fucking sorry. Aber was rauskam aus dem Mund war, are you fucking sorry? Oh Mann, Phil, dieses neue Schiffssystem bei Hearts of Iron erschlägt mich ein bisschen. Ich finde, deshalb spiele ich gerade nur Italien, weil Italien ist die perfekte Nation, um alles zu üben. Du machst überall so ein bisschen mit, aber bist völlig unentscheidend für den Ausgang. Es funktioniert auch alles, wenn du die ganze Zeit verkackst. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann quasi alle zehn Minuten neue Schiffsdesigns machen. Ja, das darfst du gar nicht. Auch dafür Italien gut, weil die haben gar nicht die Dock-Kapazitäten, um da ständig was rumzumachen. Dann machst du dir mal ein Schiffsdesign und benutzt es dann und kannst irgendwie drei Jahre später vielleicht mal dir überlegen, einen neuen Schiffstyp einzuführen. Ja, jetzt, wo du nur noch fünf Werfen pro kapitales Schiff einsetzen kannst, brauchst du ja auch zwei Jahre, einen Schiff zu bauen. Ja, finde ich total gut, dass du nicht mehr ein Schlachtschiff in einem halben Jahr irgendwie bauen kannst. Dass du da wirklich langfristiger planen musst. Ja, fand ich auch gut, weil vorher habe ich immer nur Schiffe gespammt wie so ein Verrückter. Und was ich auch gut finde, ist, dass du jetzt Docks zum Reparieren brauchst, dass Schiffe nicht mehr durch Magie repariert werden. Aber das mit dem Treibstoff habe ich bisher noch nicht so als Problem gesehen, da achte ich gar nicht drauf. Also als Italien musst du da echt krass drauf achten. Also wenn ich meinen Vorrat komplett voll habe, dann reicht es, um meine Flotte irgendwie drei Wochen einzusetzen, wenn ich auch noch ein paar Jäger in der Luft haben will. Also du musst da schon sehr gucken. Aber wisst ihr noch, als ich bei Lost mal irgendwann die ganze Zeit gesagt habe, dass ich meinen Impfpass nicht mehr finde? Ist er auch verschenkt? Da haben wir in der Staffel zwei oder so haben wir Lost aufgenommen. Jetzt habe ich ihn gefunden. Und bist du gegen Masern geimpft? Weiß ich nicht, ich hatte ja inzwischen schon einen neuen. Gegen Masern natürlich, da stand in dem Impfpass eh nicht drin. Das ist ja, das macht man ja als Kind. Und ich habe immer noch den vom Kindesalter. Vielleicht ist das auch der. Ich nicht, glaube ich. Der Gelbe. Ja, aber ich habe auch einen Gelben, aber der ist nicht so alt. Ich habe zwei Gelben. Ich habe selber nochmal angefangen, weil meine Mutter nicht sehr zuverlässig war in der Aussage, wogegen ich geimpft bin und wogegen mich bin. Okay. Also hast du einfach alles nochmal reingepfeffert? Ja. Sehr gut. Ich hätte das auch nochmal machen sollen, bevor ich hierher gezogen bin. Also im Zweifelsfall, ja, lieber in den Pflicht. Da passiert einfach gar nichts. Ja. Ich hätte mich jetzt gegen FSME impfen lassen, weil die Schweiz Risikogebiet ist. Und das hier auch so. Bis in Süddeutschland auch so. Ja, guck mal, du bist jetzt gute drei Stunden mit dem Zug nur weg. Vielleicht auch weniger. Muss ich mal gucken. Ja, müssen wir uns mal treffen. Vielleicht werde ich dich trotzdem nicht besuchen. Na gut. Dann komme ich dich besuchen. Ich bin gerne in Zürich. Zürich ist schön. Ja. Also ich habe ein Gästezimmer mit Couch. Ihr seid alle eingeladen. Alle auf einer Couch. Gleichzeitig. Wenn ihr alle auf einer Couch pennen wollt, könnt ihr es gerne machen. Also ich habe jetzt auch zwei Sofas. Ich glaube, Ben wird sogar auf dem schlafen können, was nicht ausziehbar ist. Juhu. Das ist so dein eigenes. Du meinst den Sessel. Das geht auch. Da bin ich auch schon reingepfunden. Ach, wäre nicht das erste Mal. Und hast du schon Internet? Jaja, sonst wäre ich ja nicht hier. Also ich habe sogar. Ich habe den Witz gehört. Uh. Aber die haben mir gesagt, ah ja, hier, sie können dieses 200 Mbit Paket haben. Jetzt habe ich hin und wieder mal gemessen. Das sind vielleicht 60 oder sowas. Heißt ja auch bestimmt bis zu 200. Gott sei Dank bin ich noch im ersten Testmonat. Das heißt, danach will ich denen sagen, ne, ich nehme doch ein niedrigeres Paket. Das reicht mir. Ne, weil, warum soll ich für 200 zahlen, wenn die noch nicht mal ankommen? Ja, das ist wohl wahr. Das Blöde ist ja nur, wenn du dann 50 nimmst, dann kriegst du nur noch 30. Wahrscheinlich. Echt? Wahrscheinlich nicht. Ich würde das ja so machen. War ein Witz, glaube ich. Ja. Sonst wäre es ja irgendwie Betrug. Ja, total. So wie die Telekom das in Deutschland macht. Ich habe jetzt auch meinen Tarif überarbeitet, weil ich habe den lange nicht, sei es so, never change a running system und so, weil es gut lief. Und ich habe aber viel zu viel bezahlt. Ich habe 55 Euro bezahlt und es gab eigentlich das gleiche schon für 49 Euro. Also habe ich jetzt mal den Tarif gewechselt und jetzt zahle ich 59. Was? Dafür habe ich jetzt den doppelten Upload und den doppelten Download. Ah. 440. Das ist nett. Ich habe jetzt noch meinen deutschen Handyvertrag um ein Jahr verlängert, weil es einfach günstiger ist, als einen Schweizer Vertrag zu haben. Aber das ist doch kein EU-Roaming oder zählt das dazu? Das zählt noch dazu, aber mittlerweile nicht mehr. Nur weil mein Vertrag älter ist, habe ich das noch mit drin. Wenn ich ihn nicht verlängert hätte, sondern anderen abgeschlossen, dann wäre es verfallen. Okay. Aber jetzt ist die Schweiz noch mit drin. Das heißt, ich habe pro Monat einen Gigabyte Roaming frei. Cool. Und kann für um und nach Deutschland telefonieren. Ja. Ich habe gerade überlegt, wie viel ich im Monat, also ich telefoniere im Monat wahrscheinlich 20 Minuten. Ja, das war bei mir auch so. Aber seit ich eben jetzt wirklich in einer Beziehung lebe, ist das deutlich mehr. 21 Minuten. Auf der Arbeit skypen wir ja nur noch. Ihr seid ja fortschrittlich. Naja, ich würde jetzt Skype nicht so als fortschrittlich bezeichnen. Wenn wir es lecken würden. Also jeder Podcaster, der noch skypte, ist auf jeden Fall nicht fortschrittlich. Das stimmt. Meint es auch nicht ernst. Ach so. Bei den Mikrodilettanten zum Beispiel, finde ich das sehr auffällig. Ja, die Qualität ist schon nicht so gut vom Phil. Das ist der schlechte Qualität, Phil. Hier, wir haben eine gute Qualität, Phil. Hier, wir haben eine wunderbare Qualität, Phil. Dabei wohnt ihr gar nicht so weit weg. Ja, das stimmt. Ich kann es nicht mehr bei der Mikro bringen. Würzburg und Wiesbaden. Fängt beides mit W an. Beides mit W an, muss in der Nähe liegen. Doch, in der Nähe. So auf der anderen Seite vom... Ja, ja, ja. Das ist nicht so weit. Ich überlege gerade, liegt Wiesbaden auf der anderen Seite vom Rhein? Nee, oder? Doch. Ach Gott. Das kann nicht sein. Nee, Hessen ist ja nicht auf der anderen Seite vom Rhein. Was? Quatsch. Auf der französischen Seite. Von wo du guckst? Von meiner Seite natürlich. Stimmt tatsächlich. Von Frankreich aus gesehen. Hessen ist ostreinig. Ja, natürlich. Ja. Ach, du bist ja auf der anderen Seite. Stimmt. Du warst aber doch schon immer auf der anderen Seite. Ich bin jetzt südreinig. Südreinig. Ich bin westreinig. Stimmt, du bist... Bist du jetzt unter Singen, dann hat der Rhein noch gar... Da gibt es noch gar keinen Rhein. Der Rhein ist die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz. Ja, aber da, wo du bist, gibt es noch keinen Rhein, oder? Fließt aus dem Bosensee Richtung Westen in dem alten... In Singen ist doch der Rhein... Ach so, nee, da ist der Rheinball, oder? Im alten Donaubett fließt er lang. Und dann biegt er irgendwann am Oberrheingraben Richtung Norden ab. Weil im Osten Stau war. Nee, weil den Osten keiner will. Nee, weil Europa am Oberrheingraben aus seinem Norden abbrecht. Im Norden nennt man mich Olorin, im Westen Mitrandir, im Süden Gandalf und in Osten gehe ich nicht. Hat Gandalf gesagt. Du bist ganz schön schlau, dass du das einfach so rezipieren kannst. Dafür hast du die Bücher nie gelesen hast. Das ist in den Making-ofs drin. Vom Film. In den Making-ofs der Bücher. Genau. Die gab es als Film. Außerdem war das auch bestimmt falsch rezitiert, aber hätte ich das jetzt nicht gesagt, hättet ihr es nicht gemerkt. Ja. Ich glaube nämlich im Süden heißt er Mithrandir und im Norden, im Westen heißt er Gandalf. Aber egal. Und in den Osten geht er nicht, ne? Genau. Nur Radagast der Braune ist in den Osten gegangen und man sieht, was aus ihm geworden ist. Der Braune. Voller Vogelscheiße. Genau, voll Vogelscheiße. Mit so einem bescheuerten Hasenschlitten. Boah, ich könnte jetzt schon wieder anfangen über diese Filme zu kotzen. Wer hatte den eigentlich gespielt? War das auch John Hurt? Nein. Das war hier Doctor Who. Irgendeiner von denen. Ja, ja, der hat vorher Doctor Who gespielt. Ich hab deinen Namen vergessen. Das ist so geil. Du kannst bei fast jedem Schauspieler sagen, der Doctor Who. Doctor Who. Ja. Wahrscheinlichkeit ist groß. Der hat dann mal Doctor Who gespielt. Ich meinte nicht bei Doctor Who, sondern er hat tatsächlich mit Doctor Who gespielt. Ja, ja, das meine ich ja auch. Ja, das können ja maximal zwölf Leute gewesen sein. Ja, viel mehr Schauspieler gibt's auch nicht. Mehr als Captain Picard gespielt haben. Richtig. Ungefähr elf mehr. Ich hab letztens gelesen. Ich hab bei Discovery aufgehört zu gucken nach der Klingonen-Folge. Das funktioniert immer noch zuverlässig. War das die erste? Ja, aber das war glaube ich die dritte. Die ist ja auch Quatsch. Also das brauchen wir auch nicht zu gucken, die Klingonen-Folge. Danach kommen keine Klingonen mehr. Ja, das weiß ich ja vorher nicht, dass es eine Klingonen-Folge ist. Ach, ich freu mich. Die anderen Folgen sind sehr gut. Anfangen mit der zweiten Staffel. Also haltet den Mund. Nur die Klingonen-Folge war Quatsch. Wie immer Klingonen in Quatsch sind. Ja, alles Quatsch. Ich versteh die immer noch nicht, wenn die reden. Deswegen gibt's da jetzt Untertitel. Magst du die Klingonen-Untertitel einschalten? Ja, die sind doch Zwangsuntertitel bei Netflix. Was? Wenn die Klingonen klingonisch reden, gibt's Zwangsuntertitel. Aber nicht klingonisch. Die musst du auswählen. Ja, das stimmt. Gibt's überhaupt noch klingonische Untertitel in der zweiten Staffel? Gibt's überhaupt noch klingonische Untertitel in der zweiten Staffel? Hab ich gar nicht geguckt, keine Ahnung. Aber die Klingonen reden jetzt teilweise untereinander auch Englisch. Sehr lustig. Und die haben Haare. Mhm. Die haben Haare. Die mittlerweile haben die Haare? Ja. Manche. Oh Gott. Hatten sie früher doch auch schon. Ja, das ist ja das. Deswegen haben sie ja jetzt wieder welche. Damit sie wieder ein bisschen ähnlicher aussehen als früher. Und dann diese künstlich schlechte Begründung. Als oder wie? Als wie? Als wie früher. Anders, als du's gesagt hast. Auf jeden Fall war die Begründung scheiße. Punkt. Sie haben's ja, anstatt es einfach zu ändern, nein, mussten sie's auch noch begründen. Mit Pubertät. Nein. Im Krieg rasieren sich die Klingonen die Haare ab. Nein, 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 nein. Ich bin die... Ich hab gar nicht gefehlt. Haar-Spoiler. 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 Wieso hast du das nicht einfach schon geguckt in der ganzen Zeit, wo du kein Internet... Ach so. Genau. Hättest du doch... Ein Freund von mir, der meinte, der hat da echt so, und hast du schon Internet? So zwei Tage, nachdem ich eingezogen bin, meinte ich, nein. Was machst du denn dann? Liest du ein Buch oder so? Hat er mir so alle paar Tage geschrieben, und hast du jetzt schon Internet? Der hat das echt nicht kapiert. Aber da ist auch jemand, wenn man mit ihm im Hotel eincheckt, kommt er in den Raum und wählt sich zuerst ins WLAN ein. Mach ich schon lange nicht mehr. Ich geh jetzt mal auf Toilette. Zwei Stunden später. Hotel ist... WLAN ist meistens so schlecht, dass ich inzwischen immer meinen Mobilfunk benutze. Ja, ich glaube, du bist aber auch besser ausgestattet mit deinen Data Packages, ob jetzt zu Hause oder mobil, als, ich würde sagen, 90 Prozent der Republik. Das kann schon sein. Er ist auch einer, der hat so einen Sparfuchs-Handy-Tarif, wo du für jeden Megabyte und jede SMS zahlst. Okay, dann würde ich natürlich auch das Hotel-WLAN nutzen, wenn ich aber einen Tarif habe, bei dem es der Arbeitgeber bezahlt, dann nutze ich das. Das sind die besten Tarife. Ja. Naja, ich muss, also, man muss ja auch sagen, ich bin ja auch wegen dem Arbeitgeber in dem Hotel, also habe ich da jetzt auch kein so schlechtes Gewissen. Ja, und außerdem, du brauchst auch ein gutes mobiles Internet. Genau, wie soll ich denn sonst Netflix gucken abends im Hotel? Mhm. Ja, von den 20 Minuten, die ich im Monat telefoniere, sind bestimmt auch 15 für die Arbeit. Ich hatte kurz gedacht, dass du eine Anspielung machst, dass wir schon 20 Minuten über der Zeit sind. Nö. Dass wir die Zeit überbrücken, bis Mario seine Überstunden abfeiert. Genau. Ja, aber wenn er erst um Viertel vor acht hierhin kommt, heißt das ja nicht, dass er deinen Rechner anmacht. Will du bestimmt noch vorher was essen, vielleicht mal kacken gehen? Wir fangen gleich an. Aber gleich. Okay, also Viertel vor neun ungefähr. Kommt ja, ja. Mario würde ich zutrauen, dass er das beides gleichzeitig macht. Essen, kacken und podcasten. Mario, bist du gerade auf Toilette? Nein. Wieso? Der Kack-Cast. Immer mit so Flaschgeräusch im Hintergrund. Eigentlich könntest du das mal auf dein Soundboard nehmen, Tim. Ja, ich wollte ja auch schon die ganze Zeit auf Soundboard nehmen und hab's schon wieder perfekt. Das war perfekt. Ja, gut. Ich hab heute gelesen, dass von wegen Fanfare, dass das Star Wars-Thema in der gleichen Tonart geschrieben wurde, wie es 20th-Century-Fox-Thema oder die Fanfare, damit es einen nahtlosen Übergang gibt. Aber hat sich nur im vierten Teil gehalten. Also im ersten Teil. Ja. Ja, deswegen, ich nehme an, dass das der eigentliche Grund ist, warum die Disney-Star-Wars-Filme nicht gut angenommen werden. Wieso? Das kann sein, ja. Ja, weil jetzt nicht mehr 20th-Century-Fox vor dem Film. Ja, aber das war ja auch nur in Episode 4. War es nicht auch in 5 und 6? Weil Episode 4 Fox gehört. Das haben wir doch schon mal besprochen. Deswegen gibt's die nicht auf Netflix. Ja, wer hört denn schon diesen Podcast aus? Ich glaub, Jan ist noch aus der Vor-Disney-Zeit. Ah. In der Vor-Disney-Zeit. Ja, ich doch auch. Ich hab von Episode 4 geredet. Ja, aber Episode 5 hat doch vorher nicht schon zu Disney gehört. Aber es hat nie Fox gehört. Ach so. George Lucas hat sich doch nach Episode 4, hat er gesagt, fuck you Hollywood, I'm the one. Nachdem er am Merchandise verdient hat. Ja, ich produziere selbst, hat er gesagt. Und deswegen hat die Episode 4 nicht Disney gehört anschließend und deswegen kam sie nicht auf Netflix und deswegen hat Disney jetzt noch Fox gekauft, damit sie auch auf Netflix Episode 4. Und jetzt haben sie das Fox-Dingens davor auch weggenommen und dann ist Episode 4 auch scheiße geworden. Das ist richtig. Und dann haben sie auch gleich die transponiert, eine Tonart höher. Dann war's ja auch egal. So war das. Und dann hat er eine 12-Ton-Musik neu geschrieben. Wow. Ja, wieder was gelernt. Das haben wir doch schon mal besprochen. Ja, ich höre diesen Podcast doch nicht zu. Ich glaube, Jan war noch nie dabei. Ich glaube auch. Mir wird oft vorgeworfen, wie das haben wir doch schon mal besprochen. Ach so, ja, ja. Auch sonst so bei der Arbeit. Nur ausschließlich bei der Arbeit. Oder in Gesprächen mit meiner Freundin. Ich habe dich doch gefragt, ob du da Zeit hast. Aber ich habe eben Bill unterbrochen. Jetzt unterbreche ich dich deswegen. 15 von den 20 Minuten telefonierst du für die Arbeit, hattest du gesagt, oder? Ja. Du unterbrichst, um eine andere Unterbrechung zu beenden. Um dann nur das Gesagte nochmal zu wiederholen. Das hätte auch Harrison Ford antworten können. Ja, ich telefoniere privat nur, wenn es unglaublich eilig oder unglaublich schlimm ist. Meistens fallen diese beiden Umstände zusammen. Fand ich immer. Ja. Ja. Genau. Ich überlege gerade, unheimlich eilig, unheimlich schlimm, woran mich das erinnert. Es gibt eine Zeitmanagement-Methode, die heißt, ich habe es vergessen, Pomodoro. Wichtig und eilig. Ja, genau. Wichtig und eilig. Und die heißt, verdammt, wie hieß der General aus dem Zweiten Weltkrieg von den Amis, der später Präsident wurde? Eisenhower. Eisenhower, die Eisenhower-Methode, genau. Und dann unterteilt man Sachen in dringlich, wichtig und nicht dringlich, nicht wichtig. Und nur wenn sie dringlich und wichtig sind, hat Eisenhower sie selbst erledigt. Ist aber alles eine Legende, es wurde nur nach ihm benannt. Aber es ist keine schlechte Methode, um Arbeiten zu priorisieren. Wenn man zu viel zu tun hat, genau. Ja. Das ist wie ein Bullet Journal zu machen. Ist auch so ein Zeitmanagement-Trend. Meinst du eine Liste? Du hast ein leeres Buch und dann machst du dir quasi deinen eigenen Kalender rein und den kannst du so effizient oder wie auch immer gestalten, wie du möchtest. Die Krux dabei ist, Leute verbringen den ganzen Tag, damit sich hier Journal zu organisieren. Okay, ich mache Dreiecke für Termine, Kreise für Notizen, dann mache ich noch Sterne für verschiebbare Termine und dann teile ich das alles in morgens, vormittags, mittags, früher nachmittag, nachmittag, später nachmittag, abends und nacht ein. Und ich kann auch nicht verstehen, wie es Leute gibt, die immer noch irgendwie sowas mit Zetteln und Hand machen. Das kann ich nicht verstehen. So mit Stiften und so. Ja, schon. Ich nicht. Das ist gerade für so Zeitplanung und Kalender gibt es nichts Besseres, das mit dem Computer zu machen. Das hast du überall dabei, das synchronisiert mit dem Telefon, mit allem. Wenn es läuft. Das will ich ja gar nicht immer alles dabei haben. Wieso nicht? Dann würde ich ja immer sehen, was ich tun muss. Ich brauche das unterwegs ja nicht. Ich brauche es nur auf der Arbeit. Dann lege ich mir morgens die Akten auf den Tisch, die haben es fertig. Ich rede doch nicht von der Arbeit, ich rede vom Leben. Mein Leben ist nicht organisiert. Da stolper ich die ganze Zeit von Tag zu Tag, wenn es nichts einstürzt. Ja, dann schreibst du das ja auch nicht per Hand. Aber es gibt wirklich, dass eben Leute sagen, auch auf der Arbeit, das machen sie nicht mit dem Handy oder dem Computer, also vor allem mit dem Handy, weil sie eben merken, das sind ihre Zeitfresser. Die tragen was in den Kalender ein und schwupps schreiben sie ja noch eine Nachricht. Das ist ja völliger Quatsch. Dann geht es auch darum, das einfach zu lassen. Ich benutze auch keinen Strom, weil ich schon mal einen Film geguckt habe. Völlige Verschwendung. Aber es ist einfacher, das zu lassen, wenn du das Handy gar nicht erst in die Hand nimmst. Wieso ist das Blödsinn, wenn du einfach, sage ich mal, abzulenken bist? Ja, dann deinstalliere ich mir vielleicht die scheiß Twitter-App, wo ich was mache. Aber die brauche ich doch. Sonst kann man doch gar nicht twittern. Wenn du zur Arbeit gehst, deinstallierst du Twitter, nach der Arbeit kannst du es wieder installieren. Und das jeden Tag. Oh Gott, okay. Ganz weglassen. Ja, das mache ich schon seit jeher. Funktioniert wunderbar. Facebook habe ich irgendwann deinstalliert. Sollte man so oder so manchmal installieren. Genau. Facebook kann ich auf meinem Telefon nicht deinstallieren. Echt? Ja. Aber du hast ja eh keine gekauft. Richtig. Boah, dann kannst du hoffen, dass keine Daten von dir abgespeichert werden. Ja, fangen wir jetzt an ohne den Jungen. Ja, ich habe mir nur noch was zu trinken und heute keinen Tee. Sondern? Bier. Wo? Nein. Hast du das in deinem Kalender eingetragen? Nein. Das mache ich spontan. Das synkt der Kühlschrank mit dem Handy. Es wurde ein Bier entnommen. Nein. Du hast noch keinen Smart-Kühlschrank? Nein. Mein Gott, bist du verallt. Der smarte Kühlschrank, der bringt mir ja nichts, solange der die leeren Bierflaschen nicht auch wegbringt. Genau. Sonst türmen sich hier ja lauter Flaschen auf, wenn der immer nachbestellt. Wenn sie die erste Person, die ich kenne, die leere Bierflaschen zurück in den Kühlschrank stellt. Was? Ja, wieso in der Kühlschrank die leeren Bierflaschen wegbringen, wenn du sie nicht reinstellst? Das ist doch nicht mein Problem, wenn es ein smarter Kühlschrank ist, dann soll er für das Problem eine Lösung finden. Wenn der eine Direktleitung zum Getränkehändler hat und ich die leere Flasche in den Kühlschrank stelle und die dann per Rohrposten zurück... Ja, oder er zählt einfach, wie viele drin ist und wenn es unter eine bestimmte Menge geht, dann meldet er es dem Getränkehändler, der kommt, liefert Neues und nimmt die leeren Flaschen mit. Und will dafür nicht extra bezahlt werden. Ja, das geht natürlich nicht. Kannst du ihm sagen, er kann beim Sixpack eine Flasche behalten. Ja, das ist das, was Leute da brauchen, die da arbeiten. Mehr frei Getränke laden. Ja, ich kann Getränke ausfahren und kriege immer Freibier. Das ist wie Fahrkarten bekommen, wenn man den ganzen Tag mit der Bahn Schaffner fährt. Ja. Obwohl, das ist, glaube ich, sogar noch sinnvoller. Ich habe einen taktischen Fehltritt begangen. Du hast dir ein Bier aufgemacht. Ich habe ein Tannenzäpfle gekauft mit einem weißen Deckel. Was heißt? Das ist alkoholfrei. Das ist doch gut. Deswegen trinke ich jetzt ein Wullebier. Du hast ja auch einen Podcast vor dir, da soll man gar nicht betrunken sein. Deswegen trinke ich jetzt ein Wullebier. Das ist ein Tee. Wullebier. Warmes Bier. Noch nie gehört. Biertee. Nein, es ist ein Vollbierhell. Vollbierhell. Das ist ja scheiße. Prost. Prost. Ich höre da noch ein Bier. Das bin nicht ich. Das war Wasser. Genau. Das klang aber nach einem Bierverschluss. Nein, das war ein Glas an ein anderes Glas. Nein, das ist der Deckel, wenn er so schwingt. Ach so, das. Ah. Aber das bist nicht du, Ben. Nein, nein. Das sieht man auch gar nicht an dem Ausschlag von meinem Ton. Nein, überhaupt nicht. Wir machen heute was ganz Neues. Ich spiele erst so ein Intro-Schnipsel ein. Das hatte sich Jan mal gewünscht. Aber nicht wieder lautrufende Liebesbekundungen. Nein. Ich liebe Cara Trace. Das kam heute in der Folge. Oh, das kam in der Folge auch noch mal. Nein. Ich liebe Cara Trace. Habt ihr gehört? Ich hab das sogar mit Stereo. Kommt das bei euch in Stereo an? Ich hab das mitgebracht. Cara Trace liebt Lea Dahmer. Und jetzt? Ich liebe Cara Trace. Im Stereo. Und es ist mir egal. Das ist mir egal. Ja, das hab ich jetzt so geschnitten. Das ist die Fresse. Da hab ich jetzt so gedacht, wie einfach so Zug über die Weile rüber rollt. Das war eigentlich nicht so. Ich hab da jetzt so einen Schlag im Boxkampf reingeschnitten. Schwanzige Leute wollen schlafen. Das hört sich eher so. Ja, eben. Das ist so zu sagen. Alter, den Mund. Ich muss morgen um sie wieder hinter den Tränen stehen. All die Gags und sie haben keinen gebracht.